...ein Problem bekommen. Aber niemand macht es. Aber viele Patente sind da rum. Weil die ganze Automobilindustrie, die ganze Flieger, Airbus und so weiter arbeiten auf Aluminium seit 20 Jahren. Dann habe ich gesagt, aber wissen Sie, kann man das auch zum Beispiel in Gold machen? Dann sagt er, in Gold? Sie möchten das in Gold? Ja. Ja, warum nicht? Oh, ja, vielleicht. Lassen Sie mir drei Monate, schicken Sie mir 25 Kilo Gold. Wir haben 25 Kilo Gold geschickt. Danach müssen wir eine Maschine kaufen. Und eines Tages, im März 2011, hat er gesagt.